Dann, sag ich mal, hi YouTube und hi Chat, was geht ab? Postet mal, wie euer Tag so war und postet doch einfach mal, was eure Lieblingstorte ist. So eine richtig geile, kühle Torte, frisch aus dem Kühlschrank oder Eis, euer Lieblings-Eis oder kühler Drink. Es sind 29 Grad in diesem Raum. Hilfe! Hilft mir, mir kalte Gedanken zu machen. Uff! Lass uns weiter mit dem Spiel machen und die Hitze einfach ignorieren, was garantiert richtig gut funktionieren wird. Oh, Minzeis ist so gut. Oh, Minzeis ist so gut. Ich hätte mir heute Minzeis kaufen sollen. Käsekuchen, Vanille-Eis. Ach, auch richtig guter Mix. Mix. Richtig guter Mix. Uh, ich habe ganz vergessen, dass es das Ringmenü wieder gibt, was ebenfalls ein Mana-Homestay ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Mainstay. Ein Auszeichnungsmerkmal. Warte mal, ich sehe gerade auch. Das hier macht mehr Sinn als das andere. So. Meine Lieblingstorte. Ich glaube, ich habe keine. Tatsächlich glaube ich, dass ich keine Lieblingstorte habe. Stimmt! Schwarzwälder Kirschtorte. Never mind. Ich habe vergessen, dass die existiert. Aber ja. Ich werde sterben für eine Schwarzwälder Kirschtorte. Die Lore dahinter ist einfach, ähm, genau so eine halb gefrorene am besten. Äh, die Lore dahinter ist einfach, dass meine Mama irgendwann mal Schwarzwälder Kirschtorte zu meinem Geburtstag gekauft hat, als ich halt noch klein war. Und, ähm, das fand ich irgendwie so lecker, dass sie die danach zu jedem Geburtstag wieder gekauft hat. Und, ähm, seitdem muss ich zu jedem Geburtstag eine Schwarzwälder Kirschtorte haben. Daher, ja, du kannst sagen, dass Schwarzwälder Kirschtorte meine Lieblingstorte ist. So, wie komme ich da hoch? Ah, okay, muss ich gar nicht. Ramco? I'm so, so sorry. I was stupid. I got so caught up in Shiryu that I neglected you. But in the end, you were the only one who understood me. I have to go and meet with Silphid now in order to become the Alm of Wind. I guess this is. Goodbye. Go back to your home in the Sanctum. Farewell, my friend. This isn't the way to the wind Sanctum, you know. You really? You really want to come with me? Okay, let's get moving. Äh, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob da Kirschwasser drin war. Ich glaube, das ist einfach nur diese Dr. Edgar Torte, die da immer gekauft wurde. Die hat sie nicht selber gemacht, auf jeden Fall. Die kann ich backen. Die Frau kann kochen, ohne Ende, aber die kann nicht backen. Daher, die ist im Laden gekauft. Daher, wenn die Dr. Edgar Torte tatsächlich, oder keine Ahnung, irgendeine andere Tortenfirma, wenn die irgendwie, ähm, da Kirschwasser drin haben, dann habe ich definitiv Kirschwasser als Kind zu mir genommen. Aber ich habe halt auch Morscherie als Kind gefressen, ohne Ende. Also von daher. Wahrscheinlich bin ich deswegen so komisch, weil das, weil der Alkohol damals schon meinen Hirn kaputt gemacht hat. Kann ich zwischen den Charakteren wechseln? Kann ich. Let's go. So, wir haben außerdem für sie auch direkt neue Ausrüstung. Okay, das ist nicht so krass viel besser. Außerdem mag ich den hier mehr von meinem Aussehen her. Äh, war hier nicht irgendwie, dass wir hier irgendwas sehen sollten, oder so? Kann ich mir die Quests irgendwo angucken? Ah, hier. Äh, glaube ich, das ist das hier, oder? Nee. Aber was ist dann das hier? Ach, das ist das. Okay, hier ist der Brief irgendwo. Okay, hier ist der Brief Bläse Alkohol und Kochen und Backen. Genau, Alkohol ist tatsächlich sehr viel benutzt in Kochen und Backen, weil du Alkohol in einer relativ niedrigen Temperatur tatsächlich wegkochen kannst. Und dann hast du nur den Geschmack, aber kein Alkohol mehr drin. Fun Fact! Deswegen ist in Vanille-Extrakt zum Beispiel Alkohol mit drin und du kannst super einfach Vanille-Extrakt mit Wodka und Vanilleschoten machen. Oh, wow, der Drache kämpft einfach mit, wie cool. Wo ist das Ding hier? Gab's da nicht irgendwie so ein Vorschau-Bild oder so, wo der zwischen den Bäumen irgendwie gezeigt wurde? Ah, siehst du, sag ich doch. Nice. So, dann haben wir da hinten noch einen Nebenauftrag. Die Pogo-Puschel! Ich kann auch die neuen Namen von denen nicht, ich kann nur die alten Namen. Ich bin Orochis Lehrling, was kann ich für dich tun? Was? Der Meister kommt nicht und er will, dass ich die Mühle ganz alleine repariere? Verstehe, er will also sehen, wie gut ich mein Handwerk beherrsche. Na schön, dann kann ich nur versuchen, meinen Meister nicht zu enttäuschen. Ich versuch's. Äh, cool, viel Glück, schätze ich. Uh, dann war die Info nicht für dich, sondern für alle, die das bisher einfach nicht wussten. Mir geht's gut, aber es ist so warm. Es ist so warm. Es ist halt echt nicht schön. ein Kumpel wohnt auch in Schweden und der hat gepostet, dass es da irgendwie erstmal fett regnet und dann dachte ich mir, ach, das wär schön. Endlich kann ich die Mühle reparieren, juhu. Tatsächlich wird's ja in der Nacht richtig schön kühl hier, daher, das genieße ich sehr. Äh, okay, 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 okay. Das ist irgendwo da hinten auf jeden Fall. Oder? Doch, das ist auf jeden Fall da hinten. Ja, nur 30 Grad, ne? Ach. Nice, okay, das sollten wir vielleicht ausnutzen, dass wir insane viel EXP kriegen. Vielleicht nicht mit Level 50 Monstern, also das wär cool, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Guck mal hier, Level 3 ist doch schon eher mein Ding. was ich? Ich weiß nicht, wenn es nicht mehr oxin ist, weil sie was es ist, dass ich wirst. Ja, es ist, dann ersthh, ich weiß, dass es in der Tonight unter die in der Hannover Wo sind die realen Monster? Oder sieht sie nur so aus? Ich glaube, ich muss noch höher, ne? Oder? Hey, Lunako! Muss ich noch höher? Ich glaube, noch höher komme ich nicht. Okay, irgendwo muss hier so ein Baum dann noch sein. Dann ist es aber vielleicht doch nicht hier, weil hier sind nur Tannen. Hier ist nirgends wo ein normaler Baum. Naja, was soll's. Ah, verdammt. Ein Versuch was wert. Oh mein Gott, hallo! Was geht ab? Oh mein Gott, hallo! Yes! This is kinda exciting, is this? Ich stehe einfach sehr darauf, wie sie tatsächlich diese ganzen Monster aus Secret of Mana rekreiert haben und die alle gut aussehen. Das ist schon ein bisschen cool. Oh, los geht's. Oh, was ist das? So, jetzt gehen wir erstmal die Quests ab und dann können wir mit der Story weitermachen. Habe ich genug Zeit geschindert? Mein Brief. Das Siegel ist ungebrochen. Ah. Sehr cool. All seine Geheimnisse sind einfach noch seine Geheimnisse, so wie es sich gehört. Oh, was ist das? Die Dudbears, los geht's. Anni-Maus-Bären heißen die hier. Oh, warte, da unten ist der. Er ist so cute. Oh mein Gott. Cute. Kann ich irgendwas eintauschen, was ich vielleicht brauche? Wow, okay. Das ist richtig. Damn, okay. Hau raus. Oh, wir können uns Worte kaufen. Nee, können wir gar nicht. Wir können uns Worte angucken. Das ist ja süß. Okay, Mau-Mau-Mop heißt... Bitteschön. Bitteschön. Wie witzig. Oh mein Gott. Was? Yes! Carina, the Wind conveyed the news. You are off to consult with Sylphid, the Elemental of Wind, if I am not mistaken. There's nothing you can say that will change my mind. I'll become the Alm and make you see you were wrong about me. About everything. Soulguard, as you can see, young Karina is as stubborn as can be. But we cannot disobey the Fairy's guidance. Please, see Karina safely to wherever she is needed, be that the Mana Tree or otherwise. You can count on it. Well, you heard him. Just remember that you'll have me to thank for the Vale's prosperity from here on out. Before you leave, Soulguard. I would have you take this seed with you. It is said to bring forth hidden abilities of the Bearer. Take it with my blessing. Thanks. I'll find a use for it. The Alms are necessary to preserve a future for the whole world. It is our duty, much as a Soulguard's duty is to protect us. Karina, an Oracle of Wind, wishes to take upon herself the task of an Alm of her own volition. No one fights against their fate if they themselves choose to bear it. We all have our individual roles to play, places from which we hail, ways of life. All of these affect the future. And I am proud to be the bearer of such an important mission for those who may come after. Mind letting me get a piece of that thing the Chief gave you before we left? I figure I need to be as strong as I can be to fight monsters out here. Wait, you're going to fight too? I might seem like a delicate blossom, but I'm a force to be reckoned with. That wasn't the happiest farewell back there. Will you be able to set out on the pilgrimage straight away if you're chosen as the Alm? Don't worry, I'm not leaving anything behind that I care about. Honestly, I couldn't wait to leave. I've always wanted to see what's out there in the world. Back in Longren, they don't let you travel much unless you're chosen to be the Alm. If it weren't for you showing up when you did, I'd still be stuck in town, itching to get out. Thanks for that, actually. And I suppose we'll have to do our best so that you get to continue on the Alm's journey. Hey, the people of T&E are sure friendly or maybe you folks are the exception. I think that's the demo area, right? The Elemental Vessel is reacting to something. How strange. Oh! Oh! I do believe the spirits wish to aid you on your journey. Elemental Vessels can tap into different types of mana and bestow those powers on their wielders. Don't hesitate to use them during your travels. And now, I must be us! Squadala! Hey, Ito! Oh! Jetzt können wir auch die Geisterreliquien benutzen. Und so können wir dann unseren Dudes neue Klassen geben. Hmm. Chew! Ooh! 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 Hmm! Ooh! Ooh! Okay, cool. Das können wir auch mit ihr machen, ne? Dass wir jetzt einfach sagen, okay, wir geben ihr das hier. Haben die echt für jeden Charakter so eine Cutscene für jede Klasse gemacht? Oha! Übelst viel Arbeit, Alter. Ich glaube genau, auch hier habe ich ein neues Schwert für ihn. Ah, okay. Ah, okay. Das heißt, hier könnte ich jetzt noch irgendwie den Dude mit ausrüsten. Und dann kann ich ihr, keine Ahnung, das hier und das hier geben. Ah! Oh! Uh! Okay. Dann machen wir doch lieber das hier und du bekommst den kritischen Schlag. Und schon machen wir maximal Damage. Shhh! Do you know if Ramko is fully grown? Hmm. She hasn't grown much since we met. But I think she's still a lady. I know she's a golden time. We've saved the beast. Find her size on the black, white roof. And look, do you like a lift once you're big enough, Ramko? Haha! She said no thanks. Aw, too bad. I kinda wanted a ride. Ramko says that she'll let you ride on her, Hina. No fair. Aber sie ist der Mana-Drache. Wir müssen mit ihr über die Weltkarte reisen können irgendwann. Oh, die schöne Blume. Oh mein Gott, das ganze Spiel ist einfach so hübsch, man. I hate how beautiful it is. Yes! Die nehmen wir noch mit. Okay, da komme ich nicht hoch. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand, aber das war wichtig, weil es eigentlich mal die Kristalle erklärt hat. Krizzly. What? Ich kann das mehrmals hintereinander machen? Okay. Das wusste ich nicht, aber das ist sehr praktisch, tatsächlich. Oh, okay. Dafür sind die da. Oh, okay. Richtig gut. Gib mir noch mehr XP. Juhu. Er labert halt echt viel, Mann. Es sind die Blob-Monster, die sich vermehren. Die haben mich so genervt damals. Tatsächlich mag ich das Spiel echt gerne. Also, ich habe ja vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so schon mal eine Beta spielen können von dem Spiel. Ähm, und da hat es mir auch schon ganz gut gefallen. Und die Vollversion ist halt einfach eine poliertere Version dessen, was ich da gespielt habe. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Also, es sieht so hübsch aus. Es spielt sich so smooth. Jetzt muss halt noch die Story richtig gut sein. Dann haben wir halt ein ziemlich gutes Spiel in unseren Händen. Oh, okay. Power of mana! Woohoo! Let's ride this whirlwind! I still can't believe it. We made it past the cliff. Yep, I felt like we were dancing together with the wind spirits. With the healthy guests coming from Mount Gala, we're sure to end up where we need to go. Go for it! Let's ride this whirlwind! Please, Mark! Thanks for the pick-me-up! Yes! Got some syrup! Easy! Last break! I'm gonna go for it! I'm gonna go for it, before you can challenge us! I'm gonna go for it! It's gonna go for it! I'm gonna go for it! Before you can challenge us! Take this! Take this! Es macht schon Spaß zu kämpfen. Ist jetzt kein super deepes Kampfsystem, aber es tut sein Ding. Und dafür, dass wir halt gefühlt irgendwie 17 Klassen haben oder so, durch die wir irgendwann wechseln können. Ich glaube, das wird schon einiges an Abwechslung geben. Na ja, mal gucken. Cool. 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 Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, das war auch ein Teil, den ich damals in dieser Beta-Anspiel-Geschichte gespielt habe. Das kommt mir alles mega bekannt vor gerade. Was ist das? Ja. Das ist ja schlappig. Ja. OK. Ich glaube, es geht nur an, Was ist das? Ja. Ja. Ich bin nicht mehr überrascht, dass ich den Geist nicht mehr überrascht. Oh, ich wünsche mir wir uns auf den Rückgangs. Wir werden nicht mehr sehen, dass wir uns nicht mehr sehen. Oh, was ich? Du bist nicht! 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 Ich kann mich nicht helfen! Bitte? Stopp! Ich bin schon so ein Dude rumdoodelt. Nehmen wir doch direkt das hier mit. Und los geht's. So, irgendwo hier ist eine Schatztruhe, aber wo hier? Ich dachte mir schon, dass das so was bedeutet, dass man hier im Lexikon freigeschaltet hat, aber ich wollte jetzt auch nicht mutmaßen. Nehmen wir das? Du, 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 du. Taking this? Garudas Sturm, los geht's. Es macht halt schon lächerlich viel Schaden einfach. Es ist halt schon echt insane overpowered so. Okay, da muss ich glaube ich gleich noch lang, aber zuerst möchte ich eigentlich noch die Truhe freischalten. Auf die ich garantiert irgendwie komme, oder? Weil die ist bestimmt da oben. Nein, sie ist einfach dahinter. Okay, never mind. Tada! Ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Was das Spiel jetzt schon so ein bisschen macht, ist mir Lust zu geben, noch mal Xenoblade durchzuspielen. Ich glaube, in Xenoblade 3 gab es ja auch irgendwie so eine Ice Area und die war irgendwie super einprägsam und das erinnert mich gerade alles daran. Jetzt habe ich voll Bock da drauf. Okay, los geht's. Damn. Poof. Let's rest up. Let me see. Nice. Silphid. What happened here? Silphid. Natürlich, wie es sich für einen Seagull of Mala gehört, ist der erste richtige Boss so'n, so'n Vieh. Ich find's aber krass, wie der Schnee einfach verschwindet. Oh. We got it, agric. Haben wir noch mehr Blau irgendwo? Hier. Sick, okay, let's go. Ich frage mich übrigens, ob das jetzt so ein Ding für jeden Bosskampf wird, dass da diese Health- und Magie- und Limit-Break-Töpfe am Rand stehen. Weil das würde das Spiel schon ein bisschen sehr einfach machen. Siona! Danke für den Zap! Siona! Boomerang! Salamander! Fireball! 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 ... A little bit more! Um! Aha! Take this! Take this! Take this! Not so fast! Oh, voll cool. Au. Na bitte. Richtig guti-guti-gut-gut. Oh! Oh, you! You're the one-winged oracle, aren't you? Come here. Hmm, the wind spirits like you. Yes, you're quite compatible. Both Ramco and the wind on your side. I see no reason not to make you the Alm. It's decided. Karina, one who dances on the wind, if they could be. By the grace of the goddess of mana, I name you the Alm of Wind. And... Yay! For good. I see no words. Val, Hina. I can't thank you enough. Hang on. Let's make it sound more official, shall we? Oh, wise soul guard and his companion, the Alm of Fire. I humbly ask to accompany you on your pilgrimage. Okay, enough dawdling. Let's get going. We have a whole world to see and an important duty to fulfill. The Alm of the Moon would be the next stop, but... Usually the Alm of the Moon would be the next stop, but... The Alm of the Moon would be the next stop. I'm not sure if we could have a place in ruins. Then I guess we can skip a tern on our journey. Too bad. I wanted to see what it was like. Once we get through Mount Gala, we should reach the Lefea Drifts. Then we'll be headed to the harbor. Whoa, Drifts? As in Snow Drifts? You hear that, Ramco? We can make snowmen to our heart's content! Well, shouldn't we be on our way to the mana tree? I can feel myself getting stronger. Let's go! Damit haben wir schon zwei Geweite aufgesammelt. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das was Gutes ist. Weil die Story hat so ein bisschen drauf angespielt von wegen... Schauen wir mal. What a snowstorm. At this rate, I'm gonna become a snowman. What are we supposed to do now? We keep going is what. The Alm's journey is never easy, as they say. Sie ist halt seit zwei Minuten unterwegs und beschwert sich schon. Das find ich gut. She's just like me, einfach. Ach. In the past, Lefea was an idyllic area with a mighty river. The nearby parish was full of life and warmth. The tragedy struck 16 years ago, when the moonlit parish Etern failed to send an alms to the mana tree. Without the protection of its elemental, the land was decimated by an endless blizzard. The cold so bone deep, it was as though time itself had frozen over. A Terran lost all of what it was, and all it could have been, ravaged by its dreadful fate. The fear of that same destiny haunts us all. That is why we have to live life to the fullest, while we can. An old-fashioned place where it is. But we have to fall down. They are so dead that can be eaten by a leur�erme.